nice verfluchung blablabla so ja auch cool ja 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 so nervig wie sonst was ohne witz ohne witz einmal klub klub machen und dann gucken wir mal was es denn noch so hier gibt ich glaube wir rennen einfach durch und sterben jedes mal ich glaube das ist die bessere variante die man hier anwenden kann oh mein gott die riesenraten ja ich muss da eh nicht lang jetzt sind die sogar hier einmal blut dank spiel nice prank bro und ich bin tot ja ja wenn ich nochmal durch nee ok oh sehr gut ho 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 was ist denn hier los was ist denn da los überhaupt Und nochmal Fun, 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 fun Und ich bin schon wieder gestartet mit weniger Leben Als ich eigentlich habe Feels good, man Die muss ich mal überhaupt geben, ey, krass Viel lang Was warten Ich mag diese Gegner nicht Ich mag diese Gegner nicht Ja, komm, hier jetzt die Hebel Alter, ich sehe so fett aus Und da kommen da unten so Stümmelbeine So Stümmelbeine So Stümmelbeine So, wir warten jetzt bis wir unten angekommen sind Und dann lassen wir das Ding schon wieder hochfahren Damit ich es nächstes Mal nicht so lang habe So Yay Und nochmal den ganzen Spaß Hm Wenn man sich dieses Gebiet ausgedacht hat Props an dich Wir müssen holen Woher sagen Ach ja, natürlich Haben sie mich schon entdeckt Die verfluchen mich schon Einmal Glut Danke Sonst hier nichts drin Okay, wir laufen Und wir laufen Und wir laufen Und wir laufen Mit einem HP rum Okay, wir warten 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 Bis ich erst Lust trinken kann Dieses Gebiet, Leute Dieses Gebiet Und noch einmal bitte Okay So Nicht vorausfalle So, selber nicht Ne Hat er echt wahr gesagt? Glaube ich nicht Das glaube ich jetzt nicht Oh Gottlose Hauptstadt Genau hier wollte ich hin Vorsicht vor rechts Was ist denn rechts? Ach sie Ja, der würde mich wahrscheinlich runterschießen wollen Oh Also langsam wird das Spiel immer fairer Also Es hat jetzt noch nicht mehr was mit Schwierigkeitsgrad zu tun Sondern einfach nur Arschlochigkeit Hey Ja Cool Gegner Die mich verfluchen Hey Ja Noch mehr Spaß Mit Gegnern Die mich angucken Und ich sterbe Geil Spiel Erlebnis Spiel Erlebnis Spiel Fun Spiel Fun Game Design Game Design Ja, ja Das wird hier alles groß geschrieben Zwischendurch lobe ich das Spiel echt mal Weil es ist echt Nicht schlecht designed Aber jetzt dieses Gebiet Ne, danke Das ist genauso wie Blythe Town mir Dark Souls 1 vermisst hat Das hat mir das ganze Spiel zerstört Und Ich weiß nicht So ein schönes Spiel Mit ein, zwei Gebieten zu zerstören Ist echt mies Das ist echt mies Hey, girl Let me get you number Da müsste ich auch nochmal rein Alvas Sachen Oh, Alva Erinnert mich gerade irgendwie an irgendwas Ja, komm Gehen wir erstmal da hin Bevor wir jetzt wieder zum Ach, hallo Guten Tag Ja, ja Brandmagnet mich mal holen Verschlossen Cool Cool Cool, cool, cool Das finde ich cool Das finde ich cool So Jetzt kommt der Ritter nochmal Was mache ich denn gegen den? Ich habe keine Ahnung Keine Ahnung Ich glaube ich versuche einfach durchzurennen Einfach neben vorbei Tschö Ja Bleib doch mal nach oben Ah Sieht aber echt nach einem schönen Gebiet bisher aus Das hier Auch wenn die ganze Zeit in meinem Ohr so ein Hurensohn ist Ah Hoch, 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 hoch Hoch, 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 hoch Soll ich mal wieder richtig hinsetzen, ey Ich mache gerade meinen Rücken total kaputt Och, ein Leuchtfeuer Das ist ja nett Ausstrecken und untont Knochenschlitter Oh mein Gott Untont Knochenschlitter Danke Reisen Zum Feuerbahn schreien Direkt Ja Wir wollen den Knochenschlitter Verbrennen Danke Dann gucken wir uns nochmal ganz kurz an Ob denn unser best friend wieder da ist Also ist er da wieder da Ne Oder Ne Okay Nur nochmal auf Nummer sicher gehen Das Leuchtfeuer sieht echt schön aus So Gottlose Hauptstadt Bitte jetzt kein Gebiet sein Wo ich mich wieder Übergeben muss Das wäre ganz nett Sondern wo ich ein bisschen Spielspaß habe Ein bisschen schwer Aber halt alles fair Einfach nur starke Gegner Das wäre nett Ist aber wohl nicht der Fall Okay Ich habe vorhin noch gesehen Dass man irgendwo Runterfallen konnte Für ein Item Das wäre ja dann da Der Fall Okay Genau Genau Okay nochmal Ich möchte dieses Item haben Ich will dieses Item haben Item haben Item haben Ich will dieses Item haben Bitte Ich möchte es Sehr Aha aha Was haben wir denn hier Nichts Interessantes Cool Da sieht man das Leuchtwort von unten Wo ist es Muss irgendwo hier sein Das da ist es glaube ich Wie komme ich denn zu dir Schätzelein So nicht So nicht Das ist ja cool Wohl vielleicht wenn ich rolle Okay das kann sein Das kann sein Wenn ich rolle Probieren wir es rollen Probieren wir einmal zu rollen Das heißt Hier hin Dann darauf Oh mein Gott Ich bin noch Grollt Spiel Bless So Noch ein Versuch Fun 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 Ich bin fucking nochmal gerollt What the fuck Ja und jetzt rollt er wenn er auf dem Boden ist Kappa Ja 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 Fun 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 So Ich bin von hier Darauf gerollt Genau Und dann bin ich von hier Darauf gerollt Ja will aber nicht Okay Wie kommen wir dann dahin Ich hole mir auf jeden Fall jetzt mal wieder Mein Estos erstmal Oder man kann es von hier aus versuchen Ah guck mal das sieht doch vielversprechend aus oder nicht Sieht doch vielversprechend aus oder nicht So Alter Er rutscht einfach instant ab Weißt du Ja Sehen zu bleiben Super Okay noch eine Idee Wir rollen Von hier aus Direkt dahin Oh ist jetzt fast geklappt Ich probiere es nochmal Ja 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 Ich weiß Es ist gerade echt spannend Aber wenn das Spiel meint Sowas machen zu müssen Da kann ich ja nichts für Ich mag nur mal Items Cool 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 Dann gucken wir mal wie das in außen aussieht Weil dabei auch noch eine Leiter und sowas Probieren wir es mal von da aus Steht in der Nachricht Inhalt voraus Mir egal Tschüss Will dieses Scheiß Item haben Wenn ich möchte Das bitte haben Bitte Oh mein Oh mein I'm salty I'm like really salty Nicht nur dass es damit so leicht wäre War auch noch die Tatsache Dass es das schlechteste Kack Item ist Im ganzen Spiel Weil ich es nämlich Verdammt nochmal nicht brauche Weil ich mir keine Sachen farben möchte Von Gegnern Danke Vielen lieben Dank So du willst also hinterhalten Jeder Oder so Okay Hier sind wohl ein paar Leute gestorben Woran? Das geht wohl ein paar Leute gestorben Das geht wohl ein paar Leute gestorben Zum einen